Entscheidet nur eins, das heißt die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich. Obwohl, na klar, es geht eigentlich um das Geheimnis des runden Leders, was normalerweise ganz einfach ist. Ballrund, muss in den Tor, eckig. Der muss ganz klar rein, der Ball. Vor allem ist der Ball im Tor. Der Ball geht einfach nicht rein. Am Anfang war das Wort. Und die Erkenntnis? Beim Fußball ist nichts normal. Heute war es ja nicht berauschend und jedem anderen Trainer wäre das Lachen vergangen. Ihr Trainer hat nur geschmunzelt kurz vor Schluss. Können Sie sich das erklären? Mir ist aber kalt jetzt. Wirklich. Der Kampf ums Wort. Sind wir doch mal ehrlich, manchmal ist dieser kreativer als jener um den Ball. Wir können nicht jetzt hier Lauschapparate in die Kabine einbauen oder was auch immer. Ich habe das ganze Geld geblieben, was sie in die Schweiz überwiesen haben. Ich habe gar kein Geld überwiesen. Was sollen die doofen Fragen? Sind sie denn hier im Kopf nicht normal oder was? Unverschämt hat mir so eine Frage zu stellen. Ich schaue ihnen in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert. Das war der Unruhe. Dreck. Das habe ich noch nicht erlebt, sowas Dreckiges. Schicken Sie mir einen Chefredakteur. Wie können Sie mich überhaupt auf sowas ansprechen? Ich habe in meinem Leben noch kein Geld nicht weiter zu bewiesen. Dreckigeschwein. So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Das habe ich ja noch nicht erlebt. Was fällt Ihnen überhaupt ein, mir so eine Frage zu stellen? Wie fällt Ihnen ein, sagen Sie mir das? Was fällt Ihnen ein, mir sowas zu stellen? Sagen Sie mir das. Aus welchem Grund? Es ist doch gut. Haben Sie einen Grund, wie das zu sagen? Sie sind ein Dreckigeschweiner, wenn Sie mich gehört haben. Manchmal habe ich das Gefühl, da hockt einer mit dem Tonband drin oder so. Ja, 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 äh, äh, der ist mir was zu grün für die Sache. Zu grün, ja. Ich weigere mich, den Detektiv zu spielen.